Yo, was geht? Herzlich willkommen zu... Hä? Wo kommt das her? Was war das? Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns heute mal wieder ins Internet begeben und gedacht, wir schauen uns Tinder-Profile von euch an. Eure Tinder-Profile? Eure Tinder-Profile. Akkani, lass es sein. Ich zeige dir jetzt gleich mein Profil. Warte, willst du es kurz sehen? Ich habe das Foto einfach auf meinem Handy gehabt. Den kenne ich von Tinder. Und meine Interessen sind Theater, Meditieren, Homeworkout, Instagram und Thermalbilder. Thermalbilder sind aber auch nice. Thermalbilder sind so heftig. So nice. Elmo 19. Elmo K. München. Er ist Krebs an der Uni. Er ist geimpft. ISPT. Was ist das? Das ist der Persönlichkeitstyp. ISTP ist nicht eher ruhiger. Boah, ich habe keine Ahnung. Das erste Foto finde ich sehr sympathisch. Auch so ein bisschen beschlagen, die Brille. Er hat das Struggle ist real. Ach nee, das ist ein Be Real. Guck mal. Er zeigt seine Wohnung, wo er lebt. Bisschen zu krass privat. Ja, das finde ich besser, das Foto. Finde ich wichtig auch, dass er zeigt, dass er Tänne putzt. Eine Hygiene ist super wichtig. Das ist auch cool, aber da sieht man nichts halt, ne? Ich finde das Foto eher scheiße. Ja, da sieht man auch nichts drauf. Ist doof. Man sieht ihn in Aktion. Ja, aber eine Wand streichen kann ja jeder. Ja, weiß ich nicht. Ehe Scooter fahren ist es jetzt auch nicht. Ich finde die Bilder alle nice. Er ist ein süßer Typ. Nachtswach, Mixon MacLeod, Flowrider, Rammstein Deutschland. Boah, der hört Rammstein bis Flowrider. Ist eine sehr wilde Mischung. Was haben wir hier noch? Bach. Anne-Mai-Kantaret, Kraftklop und Lila Wolken. Das ist ganz, ganz verrückt. Ja, aber Anne-Mai-Kantaret kennst du in einen Song schon. Kannst du mal singen nochmal? Und wenn ich gehe, gehen wir zu zweien. Auch auf Spotify erhältlich. Richtig. Lilly, Studying Bioinformatics most of the time. If we can make music together, it's a yes. Oh, das ist cute. Sympathisch, oder? Jetzt erstmal die Fotos hier. Ja, jetzt mal kurz. Nacheinander. So, erste Fotos ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man das Gesicht nicht sieht. Okay, machen wir weiter. Ja, süßes Bild. Sweetes Bild, ja auch. Ja, auch nett. Pocky, auch immer gut was zeigen, ne? Ich mach was, ich geh raus. Oh, toll. Tolle Frau, oder? Ja, ist zum Verlieben, das mit den Banks hier. So, Waage, sie macht Videocalls und an der Uni. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, das ist einfach so ein paar Sachen über sie. Die ist halt viel an Calls am hängen. Leifzeit keine Haustiere, aktiv. Aktiv. Was bedeutet das aktiv? Achso. Ab und zu, add online. Ich bin online ein bisschen aktiv. Mach online so ein paar Sachen. Okay, check, check, check. Fitness, Yoga, Musik und Wein. Ja, der Song ist halt natürlich Müll, ne? Der Song ist auf jeden Fall mega nice. Musikgeschmack, Rin, Machine Gun Kelly. Okay, das geht aber alles mehr so in eine Richtung. Ja, Rudi Allen und sowas. Dena-Fan, ne? Klar. Wollen wir Lilly melden, einfach? Nein. Aber hier, guck mal, studying Bioinformatics most of the time. Das klingt ja auch schon interessant. Das klingt so, wie, als wenn wir diese Zukunfts... Bioinformatik ist wichtig auch, ne? Ist sehr wichtig, ja. Raten wir das? Das Profil ist 8 von 10 Tinder-Sternen. Hätte ein bisschen mehr von sie erzählen können. Nee, ich finde es genau richtig für Tinder. Man sollte nicht zu viel erzählen. Ich finde, die hat es genau richtig gemacht. Lenny, klein, aber fein. Wir gehen durch. Okay, er sieht klein aus, ja. Alter, aber swag, bro. Wow, das ist diese Location. Die ist krass. Wie ist die in Deutschland, die Location? Ich glaube schon, ne? Da hat sich jemand mal so hoch gebraked. Wie gebraked? Gebraked. Gebraked danced. Ja. Achso. Sehr sympathisch. Schauen wir rein. Klein, aber fein. Krebs. Er telefoniert gerne. Isst alles. Er hat einen Hund. Ist online aktiv. Er raucht nicht und sucht eine... Das finde ich immer wichtig. Art der Beziehung. Was suchst du überhaupt auf der App? Ich finde das immer wichtig, wenn das drinsteht. The Grinch von Triple Red. Oder Song. Pop Smoke Dio. E-I-I-I-I-Guy-Songs. Spielen wir mal kurz ab. Tolles Profil. 9 von 10 Tinder-Sternen. Jan Kevin. 21. He-him. Vaccination. 3 von 3. Das ist jetzt auch so ein Ding. Da schreibt man mittlerweile bei Tinder und sowas rein. Ist man geimpft und so. Aber du kannst da auch so ein Key-Tech machen. Geimpft. Geimpft, ja. If you know what I can... means... Weiß ich nicht, leider. Sympathisch Profil. Anime, Gelbsmusik, Tattoos. Die Bilder sind dunkel. Die Bilder... Reavers Uno-Karte hier. Mhm. Zweimal, weiß ich nicht. Guck, da ist er geimpft. Ja. Der will keine Kinder. Mhm. Instagram verlinkt. Gut, besser ich wieder drinne. Komm, wir gehen mal das Profil, oder? Oh, Digga, da steht ne Menge drin, Junge. Okay. Hapulis, wie man klauen kann. Er liebt es zu kochen. Er liebt es zu cuddeln. Er ist ein Gamer. Er ist tätowiert. Er mag skaten. Er findet einen Mahlen geil. Er mag gerne kochen. Immer noch. Gym. 420. Was heißt das? Ach, das wirst du auch irgendwann lernen. Ich bin immer für das Spontane zu haben. 50% Intro und Extro wert. Finde ich folge ich. Schreib gerne auf Insta. Also, ich muss ehrlich sagen, das ist ein sehr gutes Profil. Schönes Profil. 10 von 10 Tinder-Sternchen. Geben wir dir, Jan. Ja, Bilder finde ich aber, waren ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu viel. Die hätte man heller machen können, ja. Kann man dann in Zukunft noch mal drüber reden. Oh, Digga. Sag lieber nichts Falsches. Junge, Junge, Junge. Elva shouted, fuck the police. Well, here's your chance. Okay, er ist Polizist. Okay. Ja, vor ihm habe ich Angst. Darf ich nichts Falsches sagen, ne? Aber, guck mal. Bilder alle sehr chillig. Urlaubsfoto. Das erste Bild ist, das erste Bild ist, Digga. Strong ist ein bisschen ein, äh, weiß nicht. Ist ein schwarzer Gürtel auch, glaube ich, ne? Ja, es ist ein schwarz-weiß Bild, weiß man nicht. Digga Typ, sportlich aktiv, auf jeden Fall. Sportlich aktiv ist er. Der ist ein gutes Foto. J. Cole auch hat's drin. Sehr gelenkig. Der ist krank mit Beine trainiert, ne? Oh, krass. Und ein Torni hinten dran. Er isst alles, keine Haustiere, ist ein Fitness-Freak, das sieht man, raucht nicht. Memes, Sport, Fitness, Filme, Outdoor. Ja. Also, er hat starke Bilder. Er hat gute Bilder drin. Genau, er punktet auf jeden Fall mit Bildern, deswegen auch hier ganz klar 1 von 10. Und er ist halt Polizist, ne? Nee, 10 von 10, weil auch Polizist, wir wollen keinen Ärger. Ja, richtig, keine Anzeige bitte, Lukas. Yoncha. Ey, das Kaffee-Arschloch-Ding ist doch von Baywatch Berlin. Der Jakob ist doch das Kaffee-Arschloch. Ja, sie sieht sehr nach Berlin aus. Ja, Drew, Digga, ich seh grad schon wieder deinen Blick, ne? Wieso, ich guck ganz normal. Nein, 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 du guckst schon wieder so pervers, du hast wieder diesen Stier drauf. In Zürich wohnt sie aber. In Zürich, okay, ja. Meditieren, Podcast, Yoga, Kaffeebuden. Nein, ist aber ein schönes Profil. Ja. Sarah, ich mag Anime, also normal bin ich nicht. Zum Zocken jederzeit bereit. Bin keine Skinny Bitch, das ist Chang. Chang. Mit zu Swingersmiley, if you have something against dogs. Ja, komm, lesen wir es gleich durch. Erstmal die Bilder hier. Oh, der ist aber süßi. Krass, dass die alle so Videos reindonnern. Ja, ne? Die geben sich richtig Mühe, irgendwie die Leute auf Tinder. Oh, ja, also Fotos sind alle. Nice. If you have something against dogs or hamsters, please swipe left. INFP. Was ist INFP? Bitte einmal schnell googeln, INFP. Introvertiert. Introvertiert, okay, ja. Aber sie hat auch eine Menge Infos drin. Viele Bilder, man lernt viel über sie. Auch ein tolles Profil. Wirklich. Ist ein tolles Profil. Sympathisch, ne? Anna. Sympathisches Lächeln. Erzähl mir einen schlechten Witz. Den Tonic Trivia-Tattoos aus Trinken gehen. Wohne den Potsdam. Tolles Profil. Tolles Profil. Das Fotos auch nice. Erzähl mir einen schlechten Witz, wenn ich lache, lad ich dich auf meinen Kaffee ein. Scheißspruch, ne? Nö, finde ich gut. Weißt du, warum das gut ist? Ja. Weil sie gibt dir schon direkt... Wir wollten doch Hinweise geben. Ja, aber das ist gut, das ist gut. Okay, dann habe ich jetzt... Weil manche geben in der Bio so nichts von sich preis. Dann habe ich jetzt aber. Dann habe ich aber jetzt, was ein absoluter Stimmungskiller ist. Und zwar, folgt mich auf Instagram, aber gebt Hobbylos 5 Sterne auf Spotify. Direkt 10 von 10. Nein, das ist für mich persönlich, ist das ein Cockblock. Nee, das ist für mich 10 von 10. Wirklich. Das zeigt ja auch dann einfach nur, dass es dir nicht gut geht. Du solltest beim GV auch mal Hobbylos hören. Glaub mir, das ist... Also, was können wir ändern? Ja, mach ein Foto mehr. Ein Foto mehr. Wir mussten irgendwas sagen. Ja, ja. So. Steffi, 32, Gamerin, PS4, Marvel, Nerd, 61, immer müde, falls du denkst, Andrew Tate is the man. Ja, auch ein wichtiges Statement schon mal. Okay, finde ich strong, das Statement. Suchi und Gaming, fällst du in erster Beziehung, Krebs, noch nicht sicher, Schreibmuster. Nee, erst mal die Bilder, Junge. Ach so, ja, Entschuldigung. Okay. Das verstehe ich nicht. Das erste Bild, man sieht sie nicht. Ja, man muss ja auch... Blödsinn. Das ist zum Beispiel viel schöner, das Bild. Das ist ein schönes Bild, ja. Das ist auch sehr nett, auch schön. Schöne Fotos, alles schön clean. Ja, toll. Gamerin, PS4, Marvel, Nerd, ja, Anime, Mangas, alles nice, Disney. 1,65, immer müde. Da vielleicht doch mal zum Arzt dann. Ralf, Stell. Ah, ihr Job ist, was mit Hunden zu machen? Ja, ja, tiermedizinische Fachangestellte, beim Tierarzt, ne? Ich rauche nicht, manchmal, ich esse alles aktiv, eine Nachtäule. Nee, sind super. Ja, gut. Gutes Profil. So, Long, schauen wir rein. Universität Augsburg, ein Mann, tolle Fotos. Ey, guter Style. Styler, wirklich Style. Richtig gut. Ich hab mir auch überlegt, mal diese Haare so zu machen, ne? Ja, so K-Pop-mäßig so, ne? Ja, fühl ich voll. Aber ich glaube, du hast zu viel Glatze dafür. Ja, ich glaube, zu hohe Stirn dafür, ja. Du musst richtig rüberkämmen, dann, ne? Ja, fühl ich, fühl ich. Sonst ist das wie so ein Vorhang, der fällt bei der Show. Ey, der sieht gut aus, der Mann. Tätowiert auch noch hier mit Hund. Eher wieder kritisch. Mein Lungentumor ist groß. Okay, okay. Ähm, das kam jetzt unerwartet. Das kam sehr unerwartet, ja. Also, wenn das so sein sollte, dann alles Gute. Er sucht noch nichts Ernstes. Ja, wenn er einen Lungentumor hat, ne? Hat er einen, oder nicht? Schreibt mal das als Witz rein, der muss ja schon... Ja, er isst alles. Mode, Reisen, Tattoos, passt alles zu ihm. Oh, sehr, sehr stylisch. DPA. DPA, Iron, ne? Ja, kenne ich. Nee, tolles Profil. Hat jetzt gerade ein bisschen... Kam sehr plötzlich, ne? Das kam sehr plötzlich, ja. Suche Schwiegertochter für meine Mama. Oh, hey. Hannah Eher. Sorry. Hannah, Technische Universität Dortmund. Sie ist queer. Sie sucht eine Schwiegertochter für ihre Mama. Sie steht auf Frauen. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Ich dachte zuerst so... Was hast du denn gedacht? Ja, ich habe irgendwie, ich habe gedacht, dass sie... Nee, ich habe irgendwie einfach falsch gedacht. Urlaub. Oh, hier, eine saftige Arschbombe. Wichtig. Strong. Sie ist Jungfrau, arbeitet an der Uni, am liebsten persönlich. Das ist ihr Sternzeichen. Ja, aber sie ist ja eine Jungfrau dann. Raucht beim Trinken, äh, trinkt beim Rauchen. Oft im Kino, äh, im... Hey, Junge. Sie trainiert oft, sie raucht, aber beim Trinken, sie ist vegetarisch und im Internet aktiv. So liest man... Ich kann's nicht. ...interessen sind Musik, Kunst lesen, Reisen und was trinken gehen. Why not? Why not? Eins von... Einfach ganz random. Nein, zehn von zehn. Zehn von zehn. Ey, ich habe auf Twitter ja gefragt, ob die Leute so Profile von mir schicken können. Und die haben einfach nur Bilder von mir darunter gepostet. Aus meiner Jugend. Ja, so Kinderbilder von mir. Sag doch mal jetzt, was nötigst du in der Community. Hä? Damit die sowas nicht mehr macht, ist so gut. Ja, lass das. Damit die auch mal supportet. Ja, auch mal bei Twitter subben. Ist das gut? Nee. Aber angefangen hat's mit solchen Bildern von mir. Das ist deine Kompetenz. Guck hier, was ist das? Das hast du so erzogen. Digga, warte. Mein Lieber, das ist deine Schuld, dass die so sind. Hier kommen noch Kinderbilder von mir, warte. Das bist du, Digga? Krass. Ist das Strobel? Ist das Strobel? Du musst meine Uhrzeitkrebse sehen. Alter, ist das eklig. Über mich versäuntet. Ich kümmere mich, wie ich gerne meine Uhrzeitkrebse... Strong. Digga, du... Und dann ist das Bild von dein Strobel. Jetzt lacht man nicht, Alter. Dein Profil ist viel schlimmer. Ja, Tinder. Eine wilde, wilde Plattform. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit eurem Profil ein bisschen weiterhelfen bei den Dating-Tipps. Lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von den wildesten Tinder-Chats und Profilen, die es jemals gegeben hat. Und schaut gerne bei Amar vorbei. AmarTV auf Twitch. Kuss geht raus. Ciao, ciao.